Hi, hier ist wieder Zolli und ich melde mich aus einem brandneuen Klassenzimmer in Timo. Da komme ich hin bei weiteren Aktionen und den Zusammenmodus. Es gibt nämlich hier ein neues Feature, das heißt Szene ändern. Wenn ich hier mal draufklicke, dann habe ich einige verschiedene Szenen zur Auswahl. Unter anderem das Klassenzimmer, das wir schon kennen, oder eben ganz andere Szenerien. Ich wähle einmal diesen Meetingraum und übernehme es sofort. Ich nehme mich hier aus diesem neuen Konferenzzimmer. Also man kann vier verschiedene Szenarien hier Räume jetzt auswählen. Einfach unter Szene ändern. Oder vielleicht diese Szene. Aber seit heute gibt es noch ein ganz tolles neues Feature. Und nämlich endlich die Breakout Rooms. Ich kann also Gruppenarbeiten durchführen. Und nämlich hier oben, hier ist eine neue Funktion, die heißt tatsächlich Gruppenräume. Ich klicke hier mal an und man kann hier auswählen, wie viele Räume man benötigt. Ich wähle hier mal einfach zwei aus. Es geht bis 49. Also auch für große Meetings geeignet. Und ich kann auswählen, ob die Personen automatisch sind oder ob ich sie manuell einteile. Ich werde jetzt die Szenen automatisch, die Räume erstellen lassen. Und die Räume sind schon erstellend. Raum 1, Roadrun und Soli 02. Und im Raum 2 ist der Bugs Bunny alleine drinnen. Beide Räume sind noch geschlossen. Ich kann natürlich noch andere Räume hinzufügen. Und ich kann die Gruppenarbeiten ganz einfach mit Räume starten beginnen. Okay, ich gehe mal auf Räume starten. Und beide Räume werden geöffnet. Und die Schüler werden jetzt automatisch diesen Räumen zugeordnet. Die Räume sind geöffnet. Und ich kann einem Raum einfach beitreten, indem ich auf die drei Punkte klicke. Und Raum beitreten auswähle. Wähle. Es öffnet sich ein neues Fenster. Und ihr seht, ich bin im Raum 1. Und hier sind immer Teilnehmer drinnen. Der Roadrunner und der Soli 02. Beziehungsweise ich als Organisator. Und ich kann mit ihnen ein wenig jetzt sprechen, wenn ich will. Ich kann aber einfach in einen anderen Raum wechseln. Und sagt der Bugs Bunny, den wähle jetzt aus. Und der soll ja jetzt, weil er so allein ist, den Raum wechseln in den Raum 1. Wähle hier aus. Und klicke hier auf zuweisen. Und schon kann ich ihn in einen anderen Raum zuweisen. Ich kann den Raum Bugs Bunny zum Beispiel auch mit diesen drei Punkte-Menü anklicken. Dann habe ich wieder mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ich kann den Raum schließen, ich kann den umbenennen. Oder ich kann auch diesen Raum betreten. Und schon öffnet sich auch dieser Raum. Und ich kann mit Bugs Bunny alleine kommunizieren. Und kann ihn fragen, ob er nicht lieber zur anderen Gruppe wechseln will. Oh, jetzt habe ich gesehen, Soli Schüler 02 ist plötzlich da. Es war später gekommen. Ich kann einfach draufklicken und ihm einem Raum zuweisen. Ich klicke hier also auf seinen Namen und gehe auf zuweisen. Kann jetzt den Raum aussuchen. Ich nehme den Raum 2, weil jeder Bugs Bunny ganz alleine ist. Ja, und schon sehe ich, Bugs Bunny, Soli Schüler, befindet sich in einer Besprechung. Und auch hier könnte ich natürlich mit dem drei Punkte-Menü sofort wieder diesem Raum beitreten. Das mache ich jetzt nicht. Ich könnte da oben, wo Gruppenräume steht, auf das drei Punkte-Menü klicken. Und jetzt könnte ich hier eine Ankündigung machen. Ich könnte jetzt eingehen, ihr habt noch drei Minuten Zeit zum Beispiel. Und sende das an die Gruppenräume. Ich bin jetzt in den Raum 2 geswitcht und sehe schon, wenn ich hier auf Nachrichten gehe, sie haben das bekommen. Wichtig, ihr habt noch drei Minuten Zeit für die Besprechung. Ich verlasse ihr Meeting wieder. Ich möchte jetzt einmal alle Gruppengespräche beenden und schließe einmal alle Räume. Alle Räume werden hiermit geschlossen. Und die Kanalbesprechung wird fortgesetzt im Plenum. Ihr seht, alle Räume sind geschlossen. Und alle sind wieder hier im Meeting. Ich kann also die Gruppenräume überhaupt schließen. Und schon bin ich wieder hier. Der Grund, warum du mich jetzt nur alleine sehen kannst, ist, weil alle anderen Teilnehmer die Kameras eingeschalten haben. Nur wenn sie die Kamera einschalten, könnte ich sie jetzt hier auch sehen an dieser Stelle. Okay, ich werde jetzt dieses Meeting beenden, indem ich hier auf Verlassen klicke. Könnte natürlich auch für alle beenden. Und das Meeting ist hiermit beendet. Was jetzt noch wichtig wäre, ich bin jetzt in meinen Chat gewechselt. Und hier ist alles abgebildet, was eigentlich in den Räumen auch passiert ist. Man sieht jetzt hier aber nur meine Mitteilung. Wenn die Teilnehmer Besprechungsnotizen oder sogar das Whiteboard benutzt hätten, wäre hier nun alles aufgezeichnet. Also ein ganz tolles Tool und ich wünsche euch viel Spaß damit.